Das Klemmfix Thermorollo von Wohnguide ist eine gelungene Kombination aus Sonnenschutz und Fensterdekoration, welches sich schnell und einfach montieren lässt. Im ersten Montageschritt werden zunächst das Rollo-Getriebe auf der einen und der Endstift auf der anderen Seite in die Rollowelle eingesteckt, wobei die Bedienseite frei wählbar ist. Anschließend stecken Sie die Klemmträger zusammen, befestigen den Rolloträger daran und entfernen danach die Schutzfolie von den Klebepads am Klemmträger. Nach dem Einsetzen der fertig montierten Klemmträger in Kettenzug und Endstift des Rollos hängen Sie das Thermorollo am Fensterflügel ein. Als letzten Arbeitsschritt die selbstklebende Kettenzughalterung in die Bedienkette einsetzen und zum Schutz vor Strangulierungen am Fensterrahmen befestigen. Alternativ können Sie das Wohnguide Thermorollo auch mit den sich im Lieferumfang befindlichen Wandhaltern direkt an der Wand oder Decke montieren. Die Bedienung erfolgt mit Hilfe eines Kettenzuges an der von Ihnen gewählten Seite des Rollos. Die Besonderheit des Wohnguide Thermorollos ist die rückseitige silberne Thermobeschichtung, die neben einer 100%igen Verdunklung im Sommer die Wärmeeinstrahlung und im Winter ein Auskühlen des Raumes reduziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017